Norddeutscher Rundfunk 2021 Was hast du heute alles gesehen? Flankenburger Tor Und ich hab den Pilgratoren gefährt Ein Hochhaus Wie man aneinander kommt Und was weiß ich nicht Weil Gebäude Heute waren wir Das war früher Reichtagsgebäude Und das ist Da hatten wir Kinderpüren und dann durften wir in diesen Püren Irgendwas mit Püren? Wie hieß es? Pürenasa 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 Pürense